Heute geht der Rekordstreik der Flugbegleiter zu Ende, aber es wurde ja angekündigt, dass es jederzeit wieder Ausstände geben könnte. Für diesen Fall haben wir einen Vorschlag, wie Sie dann Ihre Wartezeit überbrücken könnten. Damit bei Ihnen keine Langeweile aufkommt, könnten Sie es ja diesen jungen Damen nachmachen. Eine amerikanische Schwimmbannschaft lässt es sich nicht nehmen, ein paar Trainingseinheiten mal etwas anders anzugehen, mit Hilfe eines Rollbandes. Und das macht nicht nur fit, sondern sieht auch noch sehr gut aus. Ob der nächste Wettkampf der Damen durch diese Einheit erfolgreich verlief, das ist allerdings nicht bekannt.